Olliherlöchen, ich bin vom Schwimmen ganz aus der Puste. Ich bin es nicht gewohnt und jetzt brauche ich einen Kampf, damit ich wieder zu Atem komme. Ich bin fett und ich bin überzeugt, dass das Meer seine Geheimnisse vor uns hat. Ich habe mich nicht voll lesen, obwohl das voll die Falle wäre. Ja, Vorgefänger und Runenmagic. Runenmanic. Sitzen irgendwelche Pokémon in den Kampf und ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Setz einfach mal Blättertanz ein. Und, ähm, keine Ahnung, was ich jetzt einsetze. Gift. Okay, es hat überhaupt nichts gebracht, aber es ist vergiftet. Oh, tschau. Blättertanz. Und es ist so oder so, dass ich da. Scheiße, du Arsch-Pokémon. Fick dich. Und es ist da. Fuck you. Giftzahn. Es ist ein Pflanzen-Pokémon, also müsste ich das Gift töten. Oder auch... Ne, so wirklich. Ja. Blättertanz, könntest du eigentlich weiterhin einsetzen? Giftzahn. Dem Gestein müsste eigentlich auch Stahlgut sein. Oh, oh. Komm schon, mach das down, mach das down. Ja, ist klar. Auf einmal etwas anderes einsetzen. Okay, ich glaube, X-Bike geht down. Ich werde es mich nicht wechseln. Verzehrer. Blättertanz. Das ist ein scheiß Wasser-Pokémon. Warum geht das nicht down? Amnesie. Oh mein Gott. Oh, komm schon. Ja, fuck Pokémons. Oh Gott. Ich habe sowieso irgendwie nicht das richtige Pokémon gezogen. Giftzahn. Und weg ist es. Na, wenigstens etwas. Water. Setzt ihr das noch dreimal ein? Mal lebenbrühe, können wir auch mal einsetzen. Und jetzt Blüppstab nochmal. Okay, ich schütze es selber. Es ist überhaupt nicht nervig, dieses Pokémon. Ich glaube, es kann doch auch noch Konfusionen oder so. Konfuse Strahle oder so irgendwas in der Art. Das, was nachher auch nochmal richtig nervig ist. Aber was will man machen, wo man so ein ekliges Toten in den Ohren hat? Da kann man gar nichts machen. Ach, komm schon. Habt ihr nur beschissene Arsch-Pokémon? Und das gibt es doch gar nicht. Echt, ich bin so schwach und trotzdem möchtest du mich... Ne, Pokonabi antragen. Er hat das gesagt. Niemand will dir den Scheißen rein. So einen verrückten Penner möchte ich sowieso nicht mehr in meinem Pokonabi. Da, 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 da. Fuck you, Mantax. Agilität. Konfuse Strahle. Agilität. Blättertanz. Okay. Geil, es ist nicht da. Komm schon, komm schon, oder es ist da. Ja. Äh, mal setzen wir jetzt ein. Simsalah. Fuck, wir haben fast keine Pokémon mehr. So langsam knapp. Vielleicht müssen wir ja da und, äh, die ganze Zeit flüchten. Ich will noch ans Ende kommen, komm schon. Ich bin Philippa. Und ich werde... Und ich flüchte vor dem Scheiß-Ausch-Wie. Fuck, ich hab die Spawn-Rates echt beschissen in Erinnerung. So auf 80% jedes zweite Feld. Aber es ist ja schon fast erträglich. Ich nehme alles zurück. Hör, der wechseln. Ich hab deine Wörter irgendwie verzehrt oder so. Genau. So viel auf Land gehen wie möglich. Pokémon heilen, Pokémon heilen, Pokémon heilen, Pokémon heilen, Pokémon heilen, Pokémon heilen. Ja. Ja, danke, in Obhut. Bla, bla und tschüss. Wir gehen weiter. Achso, wir gehen zurück. Verdammt, was hab ich ja gesagt. So ein Müll. Und welches Pokémon sitzen wir eigentlich nach vorn? In so einem Sander. Ja, das passt mir schon ganz gut. Ich hab jetzt i alle Träne bis auf zwei, glaub ich. Wirklich. Was mehr ist mein Garten? Ich werde es dir nicht leicht machen, Kind. What the fuck? Du hast echt zu viel Zeit unter Wasser verbracht. Eine Herausforderung von Schwimmerin Frieda. Schwimmerin, äh, setzt Maske... Maske... Ich hab keine Ahnung wie das Viech heißt. Nein. Irgend so ein billiges... Smetbo. Was hat das grad gemacht? Ich hab's nicht gelesen. Wie ich immer, wenn ich die Speed-Up-Taste nimmere, weil so ein beschissenes Arschvieh kommt, dass mich kein Arschweig interessiert. Maske gerade. Schütze lieber auch rein. Fuck, ist die Attacke schwul. Angriff von Maske... Äh, wat? Es kriegt jeder Angriff... Das ist wie verarschend. Es kriegt jede Runde mehr Angriff, oder wat? Ach, das... Du stinkst. Oh, Maggi. Fuck you! Das ist wie verarschend. Es hat Grimasse. Na toll, jetzt kann ich das Pokémon nicht mehr wechseln, oder wat? Das ist überhaupt... Oh mein Gott, warme, feuchte Winter, die mir ins Gesicht wehnen. Oder wie gesagt, mein Pokémon. Wow, ich krieg's die Wunderland an, lass ich auf Angstpunkte. Fuck yeah, yo. Protein. Mal einen Beutel. Und... Na, 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 na. Protein. Äh, okay. Und... Ja. Es wird keine Wirkung haben. Protein. Es wird ja keine Wirkung haben. Hä? Zimtböcks. Es wird ja keine Wirkung haben. Hört den Angriffswert? Ich komm, deswegen kann ich es nicht geben. Gut, dann nehmen wir es uns auf. Verbessere Zeiten. Jugeneser, scheiße. Alles ist ein Simsal, aber ein Wingo hat höhere Initiative als mein Simsal. Ah, ich bin ein lustiger Läufer, aber im Wasser fängt... Ich fängt... Ich bin ein lausiger Läufer, aber im Fall... Eben. Ich bin ein lausiger Läufer, aber im Wasser fängst du mich nicht. Und ich hab mir das gemerkt. Deswegen bin ich gut. Und ich bin ein Hausverordnung von Schwimmer Ignaz. Der ist scheiße, und deswegen ist es da hinten drin in den Kampf. Deswegen sind wir hier Brumbeer in den Kampf. Was sagst du jetzt? Unser riesengroßes, zwei Tonnen schweres Gorillafieh kann schwimmen. Und Schlitzer. Während es schwimmt. Es schwimmt besser als du, weil sonst könntest du ihm eigentlich leicht davon schwimmen. Oh Gott, Erdbeben. Duplexib. Scheiße, scheiße, Erdbeben. Überroller, geht daneben. Pokémon, ah ah ah. Duplexib, fuck you, fuck you. Fuck you. What the fuck, ist das ein langsames Attacken-irgendwas? Dings, keine Ahnung, wie das heißt. Na gut, Gift bringt es jetzt auch ein bisschen. Aber vergiss nicht, du hast ein X-Bad. Also immer brav. Mal wechseln und konfuse Strahlen. Giftflug-Pokémon. Iiii. Keine Scheiße. Ist verwirrt, ist verwirrt. Haut dich selber. Scheiße, fick dich. Es ist verwirrt und vergiftet. Das ist das Geilste, was das überhaupt sein kann. Also da muss ich jetzt nur noch blöd Pokémon wechseln, aber vergiss sowieso an deinem... Wow. Oder so. Das hat sich selbst gehauen und dann ist es verreckt. Ah, yes, Lee, weil... Ja, ja, ja. Syukineser. Wow, wir haben einmal schneller ergriffen als das Wingull. Erste Entwicklungsstufe. Was gerade mal 400 XP gibt. Oh, ich bin richtig stolz auf mich. Okay. Wie gesagt, wir sind die Route bald fertig. Also diese beschissene Käpt'n verreckt ist und deswegen können wir nicht mehr mit seinem Boot fahren. Ich hätte es ihm hier abgekauft. Aber nein. Sehr egoistischer Arsch. Hey, ein Krebschor. Warte mal, das fangen wir uns jetzt aber. Okay, das fangen wir uns nicht. Hey, ein Krebschor. Warte mal, das fangen wir uns jetzt aber. Mit einer Attacke, die das nicht instant umbringt. Hä, was ist denn das jetzt? Flügel-Schlag. Boah, das passt ganz gut. Konfusionsstrahl. Das ist verwirrt. Fick dich! Gott damn. Äh, ein Krebschor. Spinnig oder kommen wir nur Krebschors vor? Okay, Krebschor. Dieses Mal. Flügel-Schlag. Verhöhner, fick dich. Okay, daneben hast du Glück gehabt. Und fuße strahlen. Wieder aus dir jetzt selber, dann gibt's auf die Umme. Setzt irgendeine Arschkappen hat er kein, die ihm nichts bringt. Aber egal. Und jetzt ein Superball, ein Superball. Fliegel-Sieg. Meine Macht, der Stärke und des Fick-Dich-Hins-Knies. Verhöhner. Superball. Fick dich. Ich war knapp. Superball. Fick dich. Krabhammer. Superball. Fick dich. Ich hab so das Gefühl, wir müssen das Pokémon tauschen. Krabhammer. Hat überhaupt nichts gebracht. Aber egal. Schlaf, Bruder. Und meine Fangschonze hat sich grad verdoppelt. Oder so irgendwie. Gott damn, du schläfst. Die viel Widerstand kannst du leisten.